Herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Folge Rust mit Fischkorp hier in seinem Shelter und mir. Ja guten Tag, Herr Dalukat. Ey! Was denn? Ey! So, pass mal auf. Ich hab hier ein bisschen was vorbereitet, wie man sieht. Ja, sehr, sehr geräumig. Ich hab mich sehr häuslich eingerichtet. Ähm, was wollte ich dir geben? Metal Fragments? Hm. Und ne große Kiste. Hab ich jetzt fallen lassen. Hast du sie gefunden? Okay. Und weil du wolltest sie jetzt mit der Wolva machen. Ich hab sie doch nicht gefunden, was? Sie echt nicht? Jetzt ohne Witz. Nee. Jetzt ohne Sch... Jetzt verarsch mich nicht. Nein, ohne Spaß. Jetzt verarsch mich nicht. Jetzt ohne Spaß. Ich verarsch mich. Nein, ja, tu ich nicht. Ich hab das da hingeworfen. Hier. Nee, doch nicht. Das ist der Ofen. Hier, guck doch noch. Ich hab's. Ich hab's. Das ist jetzt sicher. Ich hab jetzt keine Zeit für sowas. Ey, wo ist mein... Ach ja, ich hab dir ja mein ganzes Metall gegeben. Ja, das hab ich hier ja gerade hingeworfen. Ja, hast du nicht. Hab ich gerade hier hingeworfen. Ey, hier ist nix. Ich hab das gerade hier hingeworfen. Wir müssen den Cut machen und die Aufnahme gucken, wo es hingerollt ist. Das kann doch wohl nicht sein. Ich bin... Das ist nicht dein Ernst. Ist es vielleicht neu, wenn man hier... Nee, in der Kiste ist es auch nicht. Das kann doch nicht sein, Digga. Es ist nicht das, verdammt. Du hast es aufgesammelt in der Logik. Nein, ich habe es nicht. Als Entslog hast du es auch gelesen. Ich war noch im Menü. Lüg mich nicht ab. Ich hab's wirklich... Ich hab's ehrlich nicht. Ey, das kann nicht sein. Oh nein. Es muss ja... Ich stand ja auf der Kiste und hab's fallen lassen. Ja, ich hab nicht mal gesehen, dass du was geschmissen hast. What? Oh nein. Was hast du denn alles weggeworfen? Naja, Metallfragments und eine große Kiste. Ist das nicht wahr, ey. Das war toll. Das war's mit meiner Waffe. Alles gut. So viel zur Vorbereitung hier. Ich bin beeindruckt, ey. Ja, ich stand das vorher wohl eigentlich die ganze Zeit. Ah. Ah. Ja, gut. Ja, dann... Ja, gut. Dann lass mich wenigstens Pfeile machen, oder so, ey. Das ist jetzt nicht... Okay, also keine Sachen fallen lassen, wenn man auf einer Kiste steht. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Warte. Ist es hier noch... Ne. Es ist einfach weg. Es könnte halt tatsächlich innerhalb der Kiste sein. Sollen wir die mal... Sollen wir die mal abbauen? Ja, aber du küsst die nicht ins Inventar, ne? Bedeutet also, dann haben wir keine... Wenn es da nicht liegt. Wenn es da... Ja, dann haben wir auch... Obwohl stimmt. Okay, dann verzichten wir... Dann müssen wir neue Metal-Fragments suchen. Ja, cool. Na, ich hab ja genug so... Naja, was heißt genug? Aber ich hab so Metal-Fragment-Steine. Also Ohr, Metal-Ohr. Äh, dafür brauchen wir mal ne Furnace. Dafür brauchen wir aber... Äh, Low-Grade-Fuel. Dafür brauchen wir Tiere. Und Tierfett. Ne, schon mal auf die Jagd hier. Warte mal, ne. Noch ein bisschen Pfeile machen. Pfeile! Oh, Stones. Man braucht Stones dafür. Habe ich. Habe ich auch. So... Weapon, Crivo, Aro. Sowas. Okay. Ach ja, in der Workbench braucht man ja schneller. Geil. Ah, gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Wie bist du überhaupt auf die Kiste drauf gekommen? Weil ich komm dann nicht drauf. Trouchen und dann springen. Genau. Ja, das wird auf jeden Fall... Kann das sein, dass das auf der... Auf der Shelter liegt? Ah, schade. Weißt du, dass du vielleicht zu hoch warst und... Ach so, ja, ja. Ne. Ich versteh die Richtung, aber das ist es nicht, ne? Hm. So, du, 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 Fahrradkette. Oh, Nina. Jetzt, guck mal. Die freundliche Nina ist jetzt im Beleidigungsmodus. Und gleich kommt die Leaf-Phase. Die was? Die Leaf-Phase? Ja, dann ist der Server scheiße und sie nimmt sich einen neuen. Finde ich gut. Nina ist konsequent. Ja, sehr konsequent. Oh, ich seh Feuer. Wer ist da? Oh, cool. Wie geht's dir? Oh, dann wurde ich abgeschossen. Toll, zwei Leute im Kevlar. Dann wurde sie nochmal angeschossen. Oh, ich seh hier sind Kinder auf dem Server. Ich such mir jetzt einen neuen. Oh, da ist ein Tierchen. Oh. Oh. Mehr Tiere als alles andere und er setzt den Pfeil daneben. Der Bar, der ist weggelaufen jetzt. Ja, weil du ihn verfehlt hast. Wer denkt sich? Lass mal sein. Deine Mutter hat ihn verfehlt. Deine Mutter hat ihn verfehlt gestern Abend. Ah, der ruft. Ey. Ich dachte, du hast ihn getötet. Ich hab auch einen getötet. Das ist ein zweiter, mein Freund. Was ist denn jetzt so? Schaut gern einen Muni. Kommt ein Bär. Der ist lahm. Hab ich angeschossen. Triffst du den? Alter. Nur drei Pfeile? Shit. Ey. Ah. Oh. Blueprint. Aha. Waffe wenigstens. F1 Grenade. Apropos Blueprint. Wir müssen noch die Sachen lernen. Ja, stimmt. Ich hab die Beutel. Ja, stimmt. Ich hab zwei Research-Kritte. Ich hab aber zu Hause. Ja, das müssen wir noch machen, auf jeden Fall. Ja, mach das schon mal. Ich hack hier die, ich hack hier die kleinen, äh... Aber du hast doch die Pistole, du Pfeife. Wieso? Was ist denn mit der Pistole? Wir wollten doch ein Research-Kit lernen. Ja. Aber wir haben drei. Jaaaa. Sehr gut. Ganowli. Wieso machen wir das? Wieso müssen wir das unbedingt jetzt machen? Weil wir sonst wieder ausgeraubt werden von Nina. Hahaha. Aber die lief doch jetzt schon wieder. Okay, ganz so da. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mal... Also, ich kenne schon mal Research-Kids. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ey, wir brauchen ganz dringend... Wir brauchen ganz dringend... Ich muss eine Waffe. Ich hab den Scherz jetzt gesagt. Hahaha. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Okay, jetzt haben wir dich wieder verlaufen. Wir brauchen eine Waffe. Hier. Okay. Ja, aber für eine Waffe brauchen wir einen fucking Furnace. Und für einen Furnace brauchen wir Tiere. Ey, Furnace, ey, geh mal wieder raus. Kann ich. Ah, jetzt guck ich mir schon wieder hoch. Das ist unnütz. Tür muss, glaub ich, Tür... Was machst du jetzt? Äh, kannst die Tür wieder zu, Mann. Ich hab alles reingepackt da. Okay. Und Research jetzt kann ich schon, du kannst die Pistole also lernen. Du hast Research-Kids gelernt? Ja. Ich hab jetzt aber auch noch zwei. Egal. You now... You can now craft 9mm Pistols. Yay. Das ist sehr günstig. Okay, ich guck nochmal, was man dafür braucht. Was braucht man dafür? Genau. Wirf nochmal ein bisschen Metall weg. Kann ich ja nicht dafür. Kann ich ja nicht dafür. Hast du doch gemacht, ey. Oh, ich guck mal hier. Ich versuche hier so eine Stelle reinzubaggen, wo man sonst eh nicht hinkommen sollte. Und jetzt schmeiß ich Sachen weg. Kann ich ja... Ich kann ja nicht wissen, dass auf einmal das Zeug auf einmal verschwindet. Ich dachte, das tut da eine komische in der Luft. Ey! Das ist ja fast so schön. Hallo! Apropos, wenn wir wieder von Max... Hallo! 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 Wo wir grad schon wieder bei Max sind. Das ist ja für mich bei Rust neu, dass wenn du was auf den Boden schmeißt, es weg ist. Ja. Das ist bei Daisy übrigens normal. Das ist ein Feature. Oh man, das arme Ding, ey. Ähm. Das ist, also das ist traurig. Jetzt hör mir mal zu. Ja. 10 Low Quality Metal. Das heißt 100, oder? Ne, 10. Ne, ich meine 100 Metal Fragments, oder? Das ist was anderes. Seh ich das, seh ich das richtig? Weiß ich nicht. Würdest du mich da jetzt korrigieren, oder würdest du sagen, richtig? Also ohne dich jetzt hier irgendwie nachgucken zu müssen, würde ich jetzt sagen, dass das wieder falsch ist. Naja, natürlich. Weil zwischen den Aufnahmen, ähm, müsst ihr bedenken, wir haben ja extra zum Haus zurückgerannt. Da hat der Fischkopf gesagt. Oh nein, was kommt jetzt? Ich glaub, ich glaub, ich schaff's nach Hause. Ich hab's ja auch nach Hause geschaffen. Jaja, pass auf, aber dann warst du 5 Minuten später so, das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber ich hab mich verlaufen. Und so. Warum sollst du dir das denn nicht glauben, Fischka? Ich hab damit gerechnet. Okay, pass mal auf, Digga. Hörst du zu? Hm, was geht? Für Low Quality Metal braucht man 15 Metal Fragments. Nee. Ja. Nee. Neu. Ja. Nee. Ja. Nein. Aber nicht neu. Hör mich aus. So. 16 Pfeile, das ist nicht so gut. Kann man machen. Warum weinst du denn immer? Ja. Du hast doch grad von 16 Pfeilen geredet. Ja. Du verschießt doch erstmal zwei bevor der Bär kommt. Pfff. Okay, pass auf. Von hier, der Bär dahinten. Pass auf. Ja, warte, 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 wo bist du? Warte, äh, äh? Du bist ihn? Der bewegt sich und ich treff ihn trotzdem. Pass auf, warte, warte. Er schlägt ja gerade. Deng! Voll in den Arsch. Tja, jetzt. Ja, oh, daneben! Oh! Nee, nee, ich hab das Huhn dahinter getötet. Oh, mein Herr. Oh, shit. Du hast ja einmal geschossen, als er schon tot war. Ey, nein! Ich hab den finalen Schuss gesetzt. Die lassen zwar Leder und so da und essen, aber keine Fett. Bären sind auch sportlich. Yes! Sonst hab ich noch einen Pfeil hier gespannt und man kann nicht aufhören, weißt du? Doch. Ja, ne, man gedrückt hält weiter, bis es abbringt. Nee, du kannst einfach eine andere Waffe auswählen. Dann lässt er los. Nee. Ja, okay, dann geht das aber nur mit einer Waffe, mit einer Pickaxe nicht. Doch! Ich demonstrier das groß in meiner Aufnahme. Zack, ich zieh den Pfeil. Zack, Pickaxe. Ja, ja, ja. Und er hat geschossen bei mir. Ich hab einen Pfeil verloren. Oh, Quatsch, ey. Doch, der Pfeil ist dann weg. Nein! Doch. Das test ich nochmal. Ich glaub, ich hab 12. Mhm. Okay, zack. Team. Pickaxe. Achso, ich hab jetzt nicht die Pickaxe an den Stone-Hatchet. Und trotzdem 12. Ich kann jetzt auch die Pickaxe probieren. Unglaublich. Gar kein Problem. War nur ein Scherz. Wie? Ich probier das jetzt umsonst aus? Es geht doch! Ja, natürlich probierst du das umsonst aus. Du mit deinen tollen Scherzen. Irgendeiner muss ja hier einen Witz machen. Wir sind alleine auf der Insel. Wir wissen ja gar nicht, was auf der Außenwelt witzig ist. Wir müssen einfach psychologisch, auch psychisch so mit dabei bleiben und nicht einfach durchdrehen. Müssen wir ab und zu mal einen Witz erzählen. Kommt ein Arzt in ne Bar. Kommt ein Ork mit Papagei auf der Schulter in ne Bar. Da fragt der Barkeeper, was sind die denn her? Dorotan, die gibt's doch überall. Äh. Ha ha ha. Äh. Äh. Ork. Äh. Orks. Papagei. Ich will ja grad wieder WoW. Ja. Die klassischen WoW-Winze, weißt du. Ich hab keine Ahnung von WoW. Ich hab das echt 20 Minuten überspielt. Ich hab jetzt auch eine Large Wood Storage. Kann ich bauen. Äh. Hör mal zu. Hm. Jetzt hast du auch einen? Ich würd gern eigentlich mal bei Yellow wieder reingehen. Aber das ist eigentlich total gefährlich. Bis Todes. So Pillen? Ne. Oh, hier ist gelootet. Oh oh. Oh oh. Und jetzt kann man bei mir nochmal sehen, was ich für ein Meisterschützer bin. Warte. Shit. Okay, warte. Nein. Ich hab einen Fall gehört, aber irgendwie hab ich keinen Schrei gehört danach, dass irgendwer verletzt ist. Yeah. Okay. Meisterleistung. Nein. Guck mal, da kann man wieder voten. Nein. 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 Oh. Alter. Hey, ich hab, was ist das? Perfect Leather Boots, naja. Wird sie haben? Ne, lass mal. Nicht haben. Wenn du das sagst. Achso, wir gehen rein, ja, okay. Bin schon drin. Blueprints, Flashlight. Und, jawohl, einmal in einer Kiste waren Blueprints ein Flashlight, in der anderen war das Flashlight. Geil, ich würde es gerne nehmen. Ich habe immer noch keine Waffe gefunden, das ist unglaublich. Ich kann alle Aufsätze jetzt, glaube ich. What, echt? Ja, aber ich habe keine Waffe. Brut-Action-Rifle. Hast du? Nee, jetzt steht er unten längst im Chat. Ja, hier, guck mal, die Tiere da noch. Okay. Wer ist zuerst? Äh, Bärchen, der linke. Ja, hab ihn. Und drei, zwei, eins. Da, hast du dich getroffen, ne? Das musst du gerade sagen, ey. Ich habe getroffen. Deiner ist voll daneben geflogen. Deine Bruna ist nach hinten geflogen, die fährt raus. Eine hätte getroffen. Quatsch, ey, so vorsichtig die Hunde und Bären. Hast du immer viel Falschen ziehen. Oh, guck mal, Airdrop in Portugal. What? In Portugal Mountain. Okay, kenne ich nicht. Also, ich... So am Arsch, der Bären. Ja, ja, ist da oben im Norden, oder? Alter. Ach, das ist nicht wahr, ne? Ich habe keine Arrows mehr. Äh, ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Ich logge ihn aber schon mal an. No Arrows. Warte, warte. Ey, er wechselt nicht die Waffe. Er wechselt nicht die Waffe. Ha? Oh. Ich habe ihn ja schon... Alter. Jetzt hat er gewechselt. Krass, ne? Crazy shit. Ich will aber nicht die Patronen jetzt für die Tierchen... Ich habe hier noch welche. Hier, guck mal, noch mal mehr Patronen hier. Ja, aber trotzdem. Wie viel sind das jetzt? Okay, 46. Trotzdem würde ich die gerne sparen. Ich mache schnell Arrows. Arrows. Arrononen. Arania. Warte. Ach, geht ne. Ich kenne es zu uns. Okay. Ne große Kiste. Den Bärenhoff. Wo kriegt der keinen Headshot? Oh, nein. Hab ihn. Ne, Kloss. Dreimal Kloss. Ne. Okay, jetzt müssten wir eigentlich... Wir müssten, wie gesagt, wir müssen immer noch Tiere holen, ne? Ja, wir... Normale Tiere. Nein, da ist ein Shit. Da ist nix drin. Wo ist nix drin? Überall hier ist nix drin. Wie kommen die überhaupt alle an Waffen? Ja, dann machen wir jetzt mal... Dann machen wir jetzt mal einen Ausflug. TopRustService.com? Ja, genau. Wir gehen da mal hin. Booten mal hoch. Und dann kriegen wir einen Airdrop mit Pistolen extra nach Hause. Wir brauchen... Wie gesagt, wir brauchen jetzt ein schönes dickes Schwein. Oder vielleicht einen normalen Bären oder so. Und dann bauen wir uns ein Furnace. Und dann bauen wir uns... Die ganz fetten 9mm Wannen. Ich kann ja mal im Bunker im Hangar gucken. Oh, Tiere. Boop 8. Zombie-Tierchen. Oh, hier ist ein dickätes Haus. Hier sind noch Sachen drin. Ne. Doch, aber leider nix cooles. Also, ein bisschen großes Fleisch und... Ah, 46 Metal Fragments. Low-Grade Fuel. Und Stones. Speck. Da kann ich jetzt mal Arrows machen. Arrows. Siehst du denn ja, dauert ne Minute. Okay, ich guck mich mal um da unten. Was ist denn das da hinten? Beim Hangar war da schon immer da hinten diese Tank-Geschichte da? Ja. That's old. Kann doch nicht sein. Es kann doch nicht die Möglichkeit sein. Okay, ja, ich, äh... Oh, nur 30 Sekunden muss ich... Nur Munition, ey. Ivan nur Muni. Das ist nicht gut. So kommen wir nicht weiter. Kommst du nirgends wohin. Radioactive Hands. Geil. Und Pistolen-Muni, also... Hacker. Wir haben 46 Metal Fragments. Wir brauchen 150. Habe ich das jetzt richtig gerechnet oder nicht? Hallo? Äh, ja. Okay. Ah! Kriegen wir den? Schüsse. Kriegen wir den, ja. Also Pfeile, ich kann ja nicht mal schießen. Pfeile, hier. Warte, hier kriegst du Muni. Habe ich. Danke. Guck mal, da ballern sich die kommen, die kriegen wir. Ja, ich... Oh nein. Ich würd ja gerne. Die haben aber MP5241... Und Timmy wurde von nem Wolf gefrisst. Da ist er. Das ist er, da. Wo, 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 wo. Okay, Alter, das können wir nicht machen. Digga, komm. Oh Gott, er schießt. Oh, der läuft weg. Der läuft weg. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, ob da... Da ist ne Ecke. Er kommt wieder raus. Oh, Treffer, ich hab ihn gekillt. Du hast ihn gekillt? Aber es ist noch eine. Noch eine. Es sind zwei. Wieder ein Hit. Ja, wir haben ihn. Ich hab zwei Treffer mit der... Oh nein, die sind abgesperrt. Wir brauchen Lockpick. Wir brauchen... Wir müssen warten. Drei Minuten müssen wir überleben. Oh mein Gott, wir müssen das... Das voll ausgerissen... Wir müssen drei Minuten überleben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, der erste Kill war so geil. Wirklich so mit dem Bogen. Er hat schon... Und dann steht da... Ja, ja. Und oben steht dann, dass ich ihn gekillt hab. Und dann beim zweiten Setz ich auch noch einen Treffer. Geil. Wo ist der Lockpick? Den kann man noch bauen. Ich guck grad, ich guck grad. Ich guck grad. Wo ist der Lockpick? Lockpick, Lockpick. Kommt schon. Wo ist das Ding? Weapons... Was ist das? Research... Da muss man den auch leeren erst. Ja, hier, Head mit Lockpick. Low-Quality-Metal, acht Stück und fünf Cloth. Scheiße. Metal-Lockpick. Wir brauchen Low-Quality-Metal. Low-Quality-Metal. Was machen wir dafür? Low-Quality-Metal. Ich kann... Ich kann drei Stück machen. Scheiße. Was brauchst du denn dafür? Ja, Metal-Fragments. Scheiße. Oh nein. Die kommen gleich wieder. Und die haben schon so viel Zeug zu Hause. Wo liegen die noch? Da liegen sie noch, ne? Ja. Und ich krieg immer noch... Ne, hier, hier. Oh shit, ey. Wir müssen auf jeden Fall sehen, wenn die sich looten wollen. Ja. Willst du das da hinten? Oh Gott. Wie alt ist der denn, die erschossen haben? Der müsste ja auch dann in ein, zwei Minuten lootbar sein. Achso. Oh, der eine Kill war der Schiss. Das war voll geil. Weil da steht ja Gott sei Dank oben. Oben stand, you killed, bla bla bla. Da kommt... Ne, da kommt... Bist du das, der da hinten rentt? Ich bin da... Ja. Ich bin das. Kann schon loot? Ne, noch nicht. Oh. Wir brauchen das. Das wäre der Durchbruch. Das wäre der Durchbruch. Ich muss erst mal Sachen sortieren, damit ich, wenn wir looten können, auch direkt alles mitnehmen kann. Und also Shit wegschmeißen und so. Oh ja, coole Idee. Boah, das Essen hier. Das kann weg. Ich finde das gut, dass es hier nicht so ist wie bei Minecraft, dass immer, wenn man rüberläuft, es automatisch einsammelt. Und man muss... Was ich hier aber nicht gut finde, ist, dass du keine Sachen austauschen kannst, außer Leiste. Nee. Ja, das ist nervig. Aber das werden sie noch ändern bald. Das sehe ich bald kommen. Das ist ja Wahnsinn. Völliger Bullshit. Dass das nicht geht. Komm schon. Jetzt. Ich gehe hin. Ich gehe hin. Ich gehe weg. Ich gehe auch hin. Nein, einer muss Backup geben. Ja, ich gebe ihm Backup. Locked for a while. Wie lange ist denn a while? Oh Gott. Cliffhanger. Cliffhanger. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Scherz. Doch jetzt. Tschüss. Nein. Scherz. Ich gucke eben, was der andere da hat. Du musst mir... Du musst mir... Okay, warte. Den kriege ich den Bären. Den Bären schaffe ich. Dann gucke ich, ob der andere schon lootbar ist. Okay. Fast war das. Ich bin fast tot. Das wüsst nicht du, der schießt, oder? Doch, doch. Oh, jetzt, jetzt schießt ein anderes. Ja. Der steht hier hinter der Wand. Nicht sterben. Der steht hier hinter der Wand. Fuck, 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 fuck. Ich habe keinen Medikit jetzt mehr. Ich habe gerade gemedikitet. Der kommt gleich rein. Der kommt gleich rein. Ich höre ihn, er kommt jetzt. Wo denn? Hinter den Omen? Er ist drin. Er ist drin. Er ist jetzt... Nee, noch nicht drin. Er ist wieder rausgegangen. Er steht genau hinter dem Metall hier. Okay. Am Baum? Ja, ja. Hier rechts von mir. Genau hinter der Wand. Was hier aussieht? Ähm. Schwarz. Komplett Kevlar. Ach, scheiße. Das schafft man nicht. Ich renne jetzt... Da ist der andere auch. Ich renne zu... Die looten sich. Den, ja. Aber noch einer, der andere ist hinter uns. Ja, 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 ja. Ich versuche jetzt, den anderen zu holen, der aber hinter uns war. Auf den schieße ich gerade auch. Betroffen. Und hinter mir ist der MP5-Typ. Hab mich. Ja, klar. Alter, nein! 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 Das war doch klar. Ja, wir hatten keine Chance, aber es wäre natürlich geil gewesen, wenn wir noch die Leute geholt hätten. Oh, Mann. Voll ausgestattet. Ja, wir schaffen. Wir brauchen Lockpicks dann, wenn wir wirklich wen töten. Ja, die müssen wir vorbereiten. Aber dafür müssen wir ein bisschen farmen. Wir brauchen... Ich mache jetzt eine Camp, ne? Kannst du nicht. Hast du einen Schlafsack? Ja. Ich hatte keinen. Oh. Und ich habe mich dann wieder... Weil ich das wieder nicht bedacht habe, habe ich auch at the camp gedrückt. Und dann... Ach so. ...kriege ich dann wieder keine Sachen. Ach so. Und... Ich habe jetzt also wieder nichts bekommen. Ich spiele Hardcore, während du Easy Mode machst. Ich habe jetzt auch... Ich habe jetzt auch einen Rock und... Aber ich habe eine Pistole gefunden. Nee. Ja. Nee. Und da ist ein Spieler. Oh mein Gott. Der hat auch eine Pistole. Oh mein Gott. Ich werde sie wieder verlieren. Oh nein. Nein, der lootet was? Oh nein. Meine Pistole ist alle. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach die trefft man doch nicht auf dem Längen, Sir. Ich werde jetzt einmal so lange verfolgen, bis er stehen bleibt und schieße ihn dann viermal in den Rücken. Vier Schuss. Reichen vier Pistolenschüsse, um ihn zu kähen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn du ihn kommst, triffst sowieso. Ey, das war's. Keine Muni mehr. Ach. Egal, ich hau ab. Ich habe eine Pistole. Oh Mann ey, das ist echt toll ärgerlich. Und das war's auch schon für diese Folge. Aber wir haben sie geholt. Wir haben zwei Kevlar-Typen geholt. Ja, das war geil. Mit einer Pistole und einem Bogen. Das war richtig geil. Das war wirklich richtig nice. Und dann hatten sie aber noch eine zweite Chance. Voll mega equipped. Oh. Rust-Server. Hätten sie uns auch checken können, die Schweine. Nee. Können sie ja direkt looten. Hätten wir sie nur lockpicken können. Ich mache das noch mal. Naja, gut. Dann schauen wir doch mal, was dann so ab der nächsten Folge auf uns wartet. Also, das wäre eigentlich eine Chance gewesen. Ich glaube, nächstes Mal schaffen wir das. Wir kriegen es hin, Wish. Komm da hoch. Nice. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.